Mein Name ist Anja Kurz. Ich bin seit 30 Jahren selbstständige Kosmetikerin. Unser Studio befindet sich in Nordhausen und ich habe im Laufe der Selbstständigkeit sehr, sehr viele Firmen kennengelernt, mit denen wir auch gearbeitet haben, lange gearbeitet haben. Und seit zweieinhalb Jahren arbeiten wir fast ausschließlich nur noch mit Dr. Voss. Die Firma habe ich kennengelernt durch Geräte. Ich wollte auch gar nicht noch mal neue Produkte aufnehmen, weil wir schon ein sehr großes Sortiment hatten zu der damaligen Zeit. Die Firma hat uns damals einige Produkte zur Verfügung gestellt für die Behandlung. Im Laufe der Zeit hat das so viel Eigendynamik entwickelt. Also eigentlich innerhalb von ganz kurzer Zeit wollten die Kunden, die die Ergebnisse gespürt haben, einfach diese Produkte kaufen. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, diese Firma komplett mit aufzunehmen und habe das keinen Tag bereut. Die Häute sind wunderschön. Die Kolleginnen sind alle durchweg begeistert von den Behandlungserfolgen. Die Kunden sind begeistert. Die Häute sind perfekt. Wir haben keine Unverträglichkeiten. Ja, also es ist einfach ein Traum. Und die Firma ist die beste ever. Ein tolles Familienunternehmen. Ja, ein tolles, tolles Familienunternehmen und unwahrscheinlich authentisch. Wir lieben Dr. Voss' Erklärung, die wissenschaftlichen Hintergründe. Ja, und dann das Gefühl. Das Gefühl ist spitze. Ich bin wieder auf, da. Ich bin wieder auf, da. Bis zum nächsten Mal.